Herzlich Willkommen zum Michaelismarkt am Wochenende in der Wolfhager Innenstadt. Das Wetter sommerlich schön, das Programm abwechslungsreich und bunt. Wie auch die süßen Leckereien an den Verkaufsständen der Aussteller aus ganz Deutschland. Doch auch die Verkaufsprofis von morgen geben an ihren Flohmarktständen bereits ihr Bestes. Wo auch immer es einen hinzieht, überall sprüht es vor Kreativität. Es wird gebastelt und die jeweiligen Wolfhager Lieblingsorte gemalt sowie jede Menge musiziert. Wie hier Mitglieder der Wolfhager Musikschule. Märchenhafter Mittelpunkt ist der Marktplatz, wo in der prallen Spätsommersonne vor allem die Plätze am Brunnen heiß begehrt sind. Während die Kleinen munter im kalten Nass planschen, genießen die Großen das Bühnenprogramm. Lässigen Jazz der Kasseler Musikschule etwa. Oder auch spanische Melodien mit Urlaubsfeeling-Garantie von Banda Luz. Bevor es mit zwei besonderen Stadtführungen ins nächtliche Wolfhagen geht. Schöpfe Kasseler Musikschule Vielen Dank.